Doppelterraner, Drollginato und der Karpfen. Genau, und die neue Map. Hallo und herzlich willkommen bei eurer Mutti-Membande. Die Smada grüne Stadt. Du Scheiße. Oh, das ist aber echt grün. Das ist echt verdammt grün. Und eine riesen Map, das wird doch Bliga-Map. Das ist eine, die Bliga-Mischi-Klecher. Bliga. Oh, Entschuldigung. Ich hoffe, das ist jetzt nicht live. Nicht live? Ne, das ist auch eine Aufnahme. Bleib drinnen. Ich muss ja mal ein bisschen betonen noch. Die hat noch nie passiert, ne? Nein. Noch nie. Ich muss immer die Map gewöhnen, ey. Aha, aha, aha. Und was gibt's hier für schöne Echsen? Da, 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 da. Oh, da geht's da auch. Doppel-Eingänge halt. Da sind zwei Eingänge. Boah, dann muss ich mal inrampen. Ja, und die ist... Theoretisch. Ja, gut, ja, Jim, die sind da... Nee, es sind zwei Öffnung. Oder? Nee, bei uns jetzt. Achso, ja, hier oben. Hier oben. Hier oben. Hier oben. Hier oben. Hier oben. nur eine der andere macht dann schon cheese und der macht dazu er macht dazu bestimmt ja ich gucke um ich will aber gucken ob sie doppelgas genommen haben das können sie dazu machen oder das genommen der eine aber nur kann er nicht fertig der reaper scheiß die ex exe first müsste ich auch exe noch mal double exe ja ich seh es dann müssen wir ein go machen reaper da baue ich jetzt truppen müssen nur reinkommen na gut die eine kriegen wir auf jeden fall tot das ist dämlich dass er das baut abel exe als terrain ja das ist schon echt krass das ist sehr gierig wir finden es auch gleich aber wir kommen ja gar nicht hin weil das ist doch zu oder ne kommen wir doch viel lang da kommst du den oder nähst du da kannst du lang weil die frau war jetzt baut ist man gar nicht fertig was ist stehen maschinendock ja für planetary wir brauchen mehr aliens ist schlecht abgeschossen das verteidigen äh 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 so leder doch was denn die aliens Sie ist auf die Wörker. Planeten habe ich aber schon. Ich habe die Planeten gebaut. Abblendet, Kaby, ey. Nicht schlecht, die Typen. Boah, ich hab wieder viel zu ihm in der Reihe. Das Zeitfenster ist klein. Ja, um Ordentliche zu verloren, am Rhythm und allem, ne? Ja, und den Echo. Rakel ist schön drin. Ich brauche mehr Overlords. So, Rakel hat hier auf dem Roten Land sie weggemacht. Jetzt kommen sie. Ja, ja. Oh, da werden sie auf dem Grip sind. Sind auf dem Grip. Vielleicht nochmal Echsen, theoretisch. Dann haben wir auch, ne? Ihr benötigt mehr Respingas. Das Zeitfenster ist... Das Zeitfenster ist... Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Es ist nur ein Bestimm. Was habt ihr... Planet habe ich gleich dahin gebaut, ey. Kostet ihnen Geld. Ja, aber... Wie ist das komisch von dem Bunker Terraner. Ja, ja. Müssen halt viel Schaden anrichten. Und Echsen. Ich gehe gleich direkt auf Flieger. Oh, meine Intention ist eigentlich auch... Die können halt... Wo kommen die jetzt einfach rein, ey? Ich auch nicht. Hm. Guck nochmal rein bei ihm. Schluft auf der Türmchen hier. Hier läuft aber her, oder? Geht. Ja, der hat auch bei der Haupt... Dings gebaut. Planetary. Das hat wohl jetzt eigentlich Schwachsinn. So. Da hat die Hellen-Skin genommen, mein Zeug. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Der letzte Echse gebaut. Ich bin auf dem Panzer. Es ist vorherbestimmt. Ich höre, ich kann sie nochmal echsen. Erstmal die dritte Sattung hier, nicht schnell. Hier. Ich glaube, ich hole mir die Panzer. Ich glaube, ich hole mir die Panzer. Exakt. Wir sind eins mit den Schatten. Die Strenge des Schicksals. Risma-Kern online. Dann erforschen wir mal das. Und wir nehmen mal das hier mit. Und ab. Crades sind immer wichtig. Ja, stimmt. Ist ne gute Idee. Gegen Terrar oder Elementar. Ja, hier, Alter. Panzer, Panzer, Planetary. Der blaue bunkert sich voll ein, ne? Ich geh mal gucken. Hat der nur ein Türmchen da? Stack mal meine. Tits. Die Leistung wird ausgeführt. Ah, wieder mal eins. Fahrt ist weg. Ich würde meine, äh, Planetary ist fast weg. Wir können Vernichtung. Kalibrieren. Wir müssen auch fast daun, ne? Na ja. Ich würde eh Tempel spawnen. Mineralien fällt. Erschöpft jetzt schon. Warum? Ich brauche mehr Queens. Mehr Echsen. Doch, wenn die Terrarne nicht so mal gemacht hat. Das wisst du ja. Na, ich bin jetzt schon am Echsen. Ich hab gleich, äh, meine Roaches können sich einkramen und rein, theoretisch. Wenn es was bringt. Aber die haben überall Türmchen. Na ja. Ich will doch mal eins, vor allen Dingen. Ich geh auf Top-Loss, wie soll's. Geh mal auf R. Nein, ein Orakel. Du musst auf Top-Loss gehen. Ja, das ist gut, bist du gut gegen Boden. Ich bin dann gut gegen Flieger. Dauert halt noch ein bisschen. Ich brauche halt Gas. Gas? Warte. 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 Müsste erst mal reichen, ein bisschen. Ah. Brauche ich wieder Mineralien. Hey. Warte. Ne, die hab ich da jetzt nicht. Nicht gelüben Mineralien. Na, ich baue jetzt Temples ohne. Ich hab jetzt schon 5. Ich bin schon bei 150. Ja. So, hoch attacken. Da kommt hier so ein Top-Dings hier. Ah. Great. Ich bin hier. Ich bin ja. Ja, komm. Wenn das Auto geht. Verinnerbündelt. Ist nicht das nicht alles? Torupto bauen. Ah. Dauert halt noch ein bisschen. Oder komm, hier ist. Ich kriege 200. Den Tempest wollte ich noch nicht zeigen. Hm, Aliens. Da nehmen wir Alien-Upgrade. Da könnten ja Dings kommen, Flieger vielleicht noch. Da kommt eine Armee. Und Aliens. Von mir können wir schon mal ein Go machen. Weil... Ich bin gerade mit 1er-Upgrade zu Flieger durch. Da machen wir mal ein Blöchen. Hast du irgendwas gegen uns nicht bauen? Nö, kann ich auch bauen. Ah nein. Volles System-Upgrade. Mach's mit Nummer 1. Da unten bei dir. Oh, ich seh's. Ist bei mir. Ich seh's halt nicht. Sind sie jetzt tot, oder? Die sind alle tot. Hinter uns. Holzer. Mach's mit Nummer 1. Mach's mit Nummer 1. Stell dir mal weg. Guck mal weg. Oh, die willmeins ey. Vorm was gegen Willmeins. Wir schaunken unser eigenes Schicksal. Gegner an, Aliens. Mach gas übrig? Ich hab alles übrig. Oh, ich hab alles übrig. Die bauen Kreuzer, wir müssen unbedingt was machen. Benutz bei den Oos hier mal die... Wie hieß'n die? Die Schainschlinge. Genau. Die sind gut gegen, wie du meinst. Ich weiß nicht, ob er... Ich glaub, die lösen nicht aus, weil du meinst. Doch, doch. Ist gut. Hat grad ausgelöst. Ja. Oh, süß. Nein. Naja. Ich hab meinen eigenen Oos hier gekillt. Wir brauchen mehr Westginga. Ich hab kein Gas mehr, scheiße. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Die sind gut gegen... Und... Warte, lass ihn mich wohl, lass mich wohl. Ja, ja. Wir brauchen mehr Oos. Mineralienfeld erschöpft. Unter uns kommt bitte mal eins. Die block ich weg. Die sind schon dreist Nächsten bei uns. Die sind schon dreist Nächsten bei uns. Ja. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Mineralienfeld erschöpft. Mineralienfeld erschöpft. Mineralienfeld erschöpft. Splitte dich, splitte dich. Was ich? Ja, wie du meinst. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja. 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 Ich bin ja auch sowas von übertrieben hart, wie du meinst. Und wenn sie getan sind wieder. Die waren Meister 3 theoretisch. Aber mit dem MMR eigentlich nicht. Nee. Schon letztes Season haben sie einmal gespielt. Wir waren Meister 3 und jetzt spielen sie wieder normal. Wollte ich sagen, sehen wir uns in der Endcard. Tschö tschö. Tschö. Und das sind wir auch schon der Endcard, wenn es euch gefallen hat. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Wer nichts verpassen will und wie immer kostenlos unten links abonnieren. dann findet ihr oben rechts den StarCraft Projekten unten in anderen zu unseren Projekten dann schauen wir uns morgen wieder ein und tschüss euer Rudi Bermande